Jetzt gibt's Borderland-Action mit Esb. Es steht für Budi, Eddie und Simon. Wir haben Bock. Der Ede hat schon seinen Handschoner bereit. Ratatateng! Ratatateng wird's gleich machen. Bleibt dran. Ich find Spratateng besser als Ratatateng. Es kommt auf die Waffe an. Ja, nicht jede Waffe. Spratzen ist auf. Wir werden jetzt beide Waffen finden im Spiel. Meinst du? Ich denke, ja. Gibt's auch eine Ratatateng-Spratze? Wahrscheinlich schon. Vermutlich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, um ehrlich zu sein. Wir spielen Borderlands. Das Spiel der eine Milliarde Waffen. Borderlands 3, mein Freund. Borderlands 3, muss man vielleicht wirklich sagen. Ja, nee. Es sieht genauso aus wie der erste. Nein. Es ist, ja, endlich da. Wir haben's auf der Gamescom hier und da schon mal spielen können. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dritt. Freitag ist Release offiziell, aber wir haben's natürlich heute schon. Ihr kennt uns, wir bei Rocket Beans, die aktuellsten Gamer der Welt. Pam! Wir spielen den heißen Scheiß, bevor wir alle anderen spielen. Ratatateng. Ratatateng. Rateng. Wir werden übrigens auch morgen und übermorgen noch mal richtig lange Borderlands-Fashions einlegen. Sechs Stunden, also da können wir richtig weit spielen. Du bist morgen nicht dabei, du bist morgen Nils dabei und am Freitag geht's auch weiter. Also wir haben richtig viel vorbereitet. Geil. Ey, das ist, äh, aber ich freu mich drauf. Das wird, das wird sehr lustig, glaub ich. Das ist gut. Wir sind live übrigens, das heißt, wenn ihr im Chat dabei seid, schreibt gerne was rein. Ansonsten, lass mal starben, oder? Borderlands 3. Alle ganz frisch, alle ganz frisch. Wir wissen nix. Äh, jetzt kommt es schon mal drauf an. Wir sind in der Lobby, ich drücke auf New Game. Uhu! Jetzt die Difficulty. Easy oder normal? Normal. Alter, absolut normal. Cooperation oder Co-Opetition? Das ist ein sehr guter Neuer. Co-Opetition ist schon wieder sehr lustig. Was ist denn der Unterschied? Mit euch ist alles Co-Opetition, aber Co-Opetition, ich nehm an für das Loot. Every bit of Loot you find is dropped for you and unique to you. Ah, okay. Von Co-Opetition, Alter. Und das andere, wir classic Borderlands Rules, die wollen wir alle nicht. Aber wir spielen immer Co-Opetition. Ja, weil es anders nicht ging früher. Ich weiß noch, wir haben uns doch immer so Zahlen ausgedacht, nach denen wir das verteilt haben. Nee, nee, wir machen das schön, dass jeder sein eigenes Loot kriegt. Also für die Zuschauer ist es unterhaltsam. Nein, komm, Cooperation ist ja gut, ich mach doch nur einen Gag, ey. Nur weil du jetzt schon Angst haben, dein Loot hast. Los geht's. Wir hören uns kurz mal das Intro an. Das ist für uns ja alle neu. Ja, auch. Viel Spaß. Komm, listen to old Marcus. Have I got a story for you? My tale begins here, on this backwater planet called Pandora. Some say it is a wasteland of greed and violence. And it is. But if you've got skills to pay the bills, Pandora is full of opportunity. Vault-Hunters, they braved the merciless borderlines in search of secret alien treasure. My father told me tales of Vault-Hunting when I was but a little Marcus boy. And now, I tell you. So, you ask, what treasures do the Vaults hide? Fame, wealth, power. Or maybe nonsense like charity or family. I don't know. Use your imagination. Whatever the price, a Vault-Hunter must have the determination to seize victory from the jealous hands of fate. Now, my story is about a very special band of Vault-Hunters who have only just started their journey. They are bold and happy. Now, the old master tells you this story because they remind me of you. Just a little. Don't let it go to your head. These new Vault-Hunters are answering a siren's call. Her name is Lilith, and she is a hero. Savior of Pandora a dozen times over. Lilith is recruiting a team to hunt for a map. A map that leads to vaults all over the galaxy. But she is not the only one. Dark forces have gripped the borderlands. A new threat, unlike anything the galaxy has seen before. My story begins right here on Pandora. With our new Vault-Hunters, their siren leader, and, most importantly, me. Ah, good day, spider. Yeah. Children of the Walls. Ach, wir sind die Bordeaux-Brüder. Kann ich euch übers Intercom? Hört ihr mich übers Intercom? Wir nicht, ja, leider. Ernsthaft? Übers Intercom? Ja. Ich euch nicht. Oh, du musst Team eventuell lauter dringen. Ah, ja, jetzt. Ah, die Mucke und die Intros von Borderlands, die warten mal kickass. Und immer geil. Das ist ein Beispiel. Das ist einfach gut gemacht. Schön zu sehen, dass sich der Humor null weiterentwickelt hat. Naja. Ich meine, sowas muss sich ja eigentlich auch nicht weiterentwickeln. Das finde ich okay, wenn es einfach dabei bleibt. So. Super Lied, ey. Gäst du unterhalten? Danke sehr. Da kann man wohl jetzt ausreden mit meinem Spiel. Ja, Nils wird auf jeden Fall Beastmaster. Nils ist nicht da. Ich weiß. Aber es ist einfach... Er kann gar nicht anders, als Beastmaster zu spielen. Was kann sie, siehst du? Der Mage, quasi. Ich bin Mage. Amara, das Siren. Ach, das ist geil. Er ist Zane. Zane. Da gibt es wahrscheinlich auch den Tank. Wen wollt ihr? Habt ihr euch schon hier mal rausgesucht? Überlegt, wie die Siren, die Mage-Tante? Ja. Wie wollen? Ich weiß nicht, was das Siren alles kann, ne? Keine Ahnung. Ja, keiner weiß irgendwas. Keiner weiß irgendwas. Also, die Tante ist auf jeden Fall so eine Art Mage, glaube ich. Du meinst die Frau. Ne, das ist die Tante von dem anderen. Ach so. Ja, okay. Dann wusste ich nicht, dass... Okay, also du nimmst Siren-Safe, ja? Lass mich kurz überlegen, ja. Works with animal companions is geil, eigentlich. Gadgets is cool. Iron Bear Battlesuit. Okay, ich nehm den Iron Bear Battlesuit. Oh nein, nein, warte, ich hab falsch geklickt. Ich will das nicht. Ich hab ein Beastmaster gedrückt. Zu spät. Vollidiot. Aber der Beastmaster ist doch eigentlich ganz geil. Ja, aber ich will die Siren spielen. Aber du hast den jetzt. Oh, ist das nervig. Ich hab nur einmal gedrückt. You clicked, you can't unclick. Weil du immer alles angrapschen musst. Ja, ich hab gedacht, dann gibt's Informationen. Hör doch auf zu denken, Budi. Wie oft hat dir das schon Probleme bereitet? Aber kannst du jetzt nicht jemand anderen, ne, anklicken? Ich könnte hier versuchen, nochmal auf zurückzudrücken. Der Chat hat getippt sogar, dass ich den Moes nehme. Den mit dem Mac. Das find ich lustig, dass man mich so gut kennt. Habt ihr auch getippt, dass der Budi den Falschen wählen wird? Dass er den einen, dass er sauer ist. Kann ich jetzt zurückgehen? Nein! Ja, wir müssen das Intro ja nicht nochmal angucken. Es geht doch schnell. Wenn's nicht geht, dann, also, wahrscheinlich geht's nicht. Der lädt gerade. Aber dann lass doch nochmal rausgehen. Nee. Warum lädt's? Nur wegen einem Charakter, Leute? Nee, er muss ja den Charakter drei Tage lang spielen. Also, das dauert jetzt 20 Sekunden. Ich hab nichts dagegen, aber ich weiß nicht, wie's geht. Hier steht, waiting for other players. Und mein Screen ist verbuggt. Naja, dann nehm ich jetzt Siren. Die ist ja frei. Ja, ey, macht doch, aber entscheidet euch. So früh schon fest gilt, ja. Exakt. Dankeschön, Thorsten. Scheiße. Ja. Ist doch völlig egal. Warum ist das euch so wichtig? Naja, das ist super wichtig. Die Wahl des Charakters bei einem Massively Multiplayer Online Rollenspiel. Ja. Du hast Mace genutzt. Wir können auch einfach die Plätze tauschen, aber nee, das können wir nicht, weil Eddie hat sein schwieriges... Also, wir können auch einfach noch eine Stunde warten. Die Leute waren sicher sehr gerne mit euch. Warum so cocky? Ich hab mich verdrückt, es tut mir leid. Ich würd gerne, gerne mal gucken, wie's jetzt weitergeht. Ah, endlich. Ich hab gar keinen gewählt. Das Spiel hat für dich gewählt. Ja, willst du nochmal neu starten? Udi, guck gerade jetzt. Ist das Steven Seagal? Nee, wir können nicht einfach Platz tauschen, weil ich hier Linkshänder-Setup habe, aber mir komplett Linkshänder-Steuerung schon eingestellt habe, was eine halbe Stunde gedauert hat. Wir können einfach neu starten. Es dauert, wenn wir die Intros abbrechen, 20 Sekunden. Ja. Ja, doch. Das macht doch Sinn, dann sehen wir auch die neun anderen Charakterklassen. Das macht Sinn. Ich lasse mir einmal checken, ob ich hier nochmal irgendwie neu starten kann. Und willkommen zu Pandora! Wahrscheinlich aber nicht. Hey, you must be the new recruit. I am a CL4P-TP-Steuerbun. Hallo, Claptrap. Wie sehe ich aus? You are allowed to call me Flak. Schau mal. Until I decide if I'm going to kill you. Okay, ich nehme es, wenn es sein muss. Guck mal. Also, bevor wir jetzt loszocken, nochmal raus und neu starten. Man kann wohl gleich mit jedem Level-1-Charakter joinen, wenn man mal quittet. Also, es könnte jetzt nochmal rausgehen und nochmal reinkommen. Ja, dann versuch's. Aber Moment, da muss ich ja auch wechseln, weil dann haben wir zweimal die gleiche. Jetzt quitte ich jetzt. Ja. Sieh mal nochmal raus. Muss ich das oder macht ihr das? Ich glaub, du kannst drinbleiben. Du hast ja deinen Charakter. Das heißt, ich versuch jetzt nochmal neu reinzugehen. Ihr kommt dann einfach zu mir. Geh mal auf Options. Bei Schwierigkeitsgrad stand bei mir nämlich bei jedem. Ich glaub, jeder kann persönlichen Schwierigkeitsgrad aus, wenn's eigentlich Quatsch, oder? So, und wie kann ich jetzt? So, Select Play Mode. Ich finde den so super. Ich könnte den ganzen Tag, könnte ich mir den anhören. Claptrap. Aber der Beste. Aber wie kann man den jetzt wechseln, den Charakter? Ja, kann ich auch nicht, gerade. Okay. Können wir das mal bitte zeigen, wie geil das ist hier? Mit diesem geilen Windows-Fenster. Das ist ja fantastisch. Ich möcht's gar nicht lesen, aber ich nehm an, es ist sehr lustig. Ach, herrlich. Ja, sorry, ich versuch hier noch irgendwie zu wechseln, aber ich glaub nicht, ansonsten müssen wir halt zu starten, leider. Ah, hier. Wo? Wo? Nee, das ist, nee, wir müssen ja Social-mäßig rein. Aber man muss auch hier irgendwo einen Charakter wechseln können. Das raff ich halt nicht. Ah, ich kann, guck mal hier, bei Load Character, kann ich zumindest jetzt Zane auswählen. Wahrscheinlich hat den schon mal jemand probiert. Du kannst unten. Bulli, Social. Wie bin ich da hingekommen? Aha! Bei Play wahrscheinlich. Bei Play, Load Character. Regie, zeig doch einfach mein Bild, dann sieht man schon mal ein bisschen Spiel. Das ist doch vielleicht für die Leute ganz gut. So. Mach mal einen neuen Charakter. Ja, hab ich gerade, der lädt gerade. Dann kannst du ja auswählen. Ja, wen nimmst du? Du nimmst jetzt Siren, ja? Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, bei mir lädt aber gerade gar nichts. Ich komm auch nicht mehr raus, komischerweise. Die Frage ist... Das ist halt einfach so geil. Ich konnte dir das den ganzen fucking Tag angucken. Nee, geh mal zurück auf Social und da kannst du dann Social und dann musst du Simon folgen. Dann einfach auf deinen Namen gehen und dann kannst du Join drücken. Ja, ich komm gleich rein. Kommst du da rein? Ins Spiel? Ready? Meine Tastatur hat in-game gerade auch nicht funktioniert, also muss ich nochmal neu starten. Hast du gewechselt, ja, ne? Ja, super. Okay, open chest, get gun from crate. Äh, da. Meine erste crate. Meine erste neue Waffe. Sehr gut. Okay, jetzt hab ich's auf. Du hast, äh... Äh, Simon, du warst 166, war richtig klar. Ich seh's hier leider nicht, was mein Name ist, äh, aber... Aber wenn ich hier auf Options gehe, ne, und da dann auf Gameplay, dann zeigt, was hat der... Simon, geh mal auf Options und Gameplay. Was steigt der für den Schwierigkeitsgrad da an? Normal. Normal. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's los, endlich. Geil. Hallo, Bloodthirsty Maniac. Es ist ich, Claptrap, Slayer of the Destroyer, und Super General of the Crimson Raiders. Wir haben dich komplett verabschiedet. Open die Gäste jetzt, und vielleicht, ich werde mir bemerciful. Oh, ja. Ich denke, das ist... They might call themselves Children of the Vault, but they're still Bandits, and Bandits are incredibly stupid. Okay, we're going to surrender. Please don't kill us, Crampine. That's what I thought. Open the doors immediately for your new King. Easy, easy. Eddie, I'm coming out. Just wait right there. Eddie, wo bist denn du schon wieder, ey? Hä, wie, was, wo bin ich? Wo seid ihr denn? Da, wo wir hin sollen. Ja, okay, aber... Ich bin halt gerade erst gespawnt. Oh, oh, Claptrap, nein! Ach, ich hab'n Bug. Guck mal, meine Knarre wird mir nicht angezeigt. Ach, krass. Pazifistischer Mode. Okay, wir ballern hier schon mal. Bam, 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 bam! Das ist wirklich so eine krasse Waffe, ey. Das ist ja irgendwie... Oh, geil. Ich find's super gerade. Oh, shit, 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 shit. Okay. Ich... Naja. Bist du schon down? Ja, nicht wirklich second wind. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Aber ja, ich war down. Wie, out of ammo, echt? Ich hab' keine Muni mehr. Alter, wie schnell stimmt man denn hier, sag mal? Ich hab' keine Muni mehr. Wo krieg' ich Munition her? Äh. Ach, egal. Okay, ich muss einmal... Ich muss irgendwie Muni suchen. Okay, Muni gefunden. Jeder Schuss muss sitzen. Oh, ich bin tot. Ihr seid tot? Vielleicht haben wir doch irgendwas falsch eingestellt beim Fähigkeitspaar. Second wind. Okay. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Crapbot, you're gonna be my new team, robot. I'm gonna prove that you're kind. Aha. Okay. Looty, loot. I know, claptrap can be a little claptrap. Find ich lustig, sowas. So. Gehst du schon weiter, Simon? Ich warte gerne auf euch. Ja, sehr gerne. Ich loote hier gerade nochmal ein bisschen nach Muni, weil ich bin echt... Oh, Strom, ich Idiot. Ich hab' wenig Muni, irgendwie. Ich hab' auch einfach zu viel geballert. Ich hab' auch noch eine neue Waffe, die sieht man jetzt sogar. Aha, okay. Okay, nehm' ich auch. Noch eine neue Waffe. Sehr gut. Tick. Sehr gut. Oh shit. Okay. Mega dumm, ich verliere voll Energie. Willst du noch looten, Ed? Na, ich laufe schon mit Simon mit. Ja, mach doch einfach, ey, Leute. Okay. Such halt gern auch die Gegend ab, also... Ohohoho, sie ist explodiert! Sehr gut. Recruit, there's no way your subtle and delicate body can survive a showdown with ship unprotected. Look around for a shield. Look around for a shield. Simon, ich bin hinter dir, ne? Hier ist irgendein komisches Energie-Ding mit, du willst. Da in dem Briefkasten hier. Weiß nicht, ob ihr das braucht. Ich kann's auf jeden Fall nicht nehmen. Health. Nee, das ist Energie, also Health. Und die ist cool. Schön den Looty machen. Was war das? Ah. Ah, okay. Man kann übrigens auch environmental traps bauen. Damage. Fallen. Auf Deutsch. Wo seid ihr? Auch in dem Areal, wo wir gerade gefeitet haben. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum. Ihr kennt ja, sag ich mal, die Regeln von Borderlands besser. Muss man hier Buttons drücken, damit's weitergeht? Oder alle töten? Was ist so ein bisschen hier der Trigger? Sie hat gesagt, wir sollen ein Schild suchen, hab ich verstanden, oder? Ein Schild suchen, okay. Oder hab ich's falsch verstanden? Ja, so hab ich's auch verstanden. Gut. Ist noch nicht so richtig klar, womit man hier interagieren kann. Kommt man hier hoch? Ach, oben rechts steht's ja auch, Take Shield. Aber wo ist es auf der Karte markiert? Ja, als großes Viereck. Das kann man ja auch nicht wissen. Das kann man eigentlich nur übersehen. Da oben, da kommt doch kein Mensch hin. Space gedrückt halten, ne? Dann kannst du dich so hochziehen. Wenn man nicht dumm ist. Achso, das war's. Dann müsst ihr einfach nur das Schild hier ausnehmen aus der Kiste. Jetzt, lass dich in da, Recruite. Hey, Shiiiit! All deine dummen Freunde sind tot. Ich versuche dich an einen Trial-Bite-Kombat. Aber weil ich zu diesem Magnet bin, wird mein verehrter Champion in meinem Stad. Laufen, 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 laufen. Ah, ich find das schon hier schön. Ja, ich find's auch super. Ja, ist schon lustig. Lustig und atmosphärisch. Okay, der ist böse, Leute. Der hat einen ganz kleinen Arm. Aber hat einen Schraubenzieher in den kleinen Arm. Wow! Der hat aber Bums, ey. Wir haben ihn gleich. Yes! Loot-i-loot! Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Geil! Habt ihr auch eine Shotgun gekriegt? Nee, hab ich nicht drauf geachtet. Ich nehme erst mal random alles Loot mit. So eine Art Schrotflint, ja. Es ist praktisch, dass die Ammo automatisch zu einem... Ja, dass du nur einmal drücken musst und dann fliegt es dir alles so zu. So muss das sein. So wie uns die Abos. Achso, wir können jetzt, äh... Actions hinzufügen. Da müssen wir dir das bittere Lachen der Realität. Okay, so. Hier, gib mir zwei Sekunden. Ich will mal eine Actions unlocken. Eins, zwei. Oh, ab Level 2 kann man Skills, äh... Alter, das erzähl ich doch gerade! Ey, man kann Skills! So. So, ich lass mal Claptrap frei. Bam! So, was ist das? Personal Space, Clarity, Root Rise, nein. Was gibt's hier? Passive. Actionskills. So, Actionskills. Now all that's left is to signal Lilith that the mission is complete. Double Agent. Hey! 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 Oh, what? Wir waren zu gut, zu schnell fertig. Hab ich es durchgespielt? Ja. Das war's. Ist das schon New Game Plus jetzt? Ja. What's up? Oh, shit. Ich hab' den aus Versehen schon gegeben, glaub' ich, den Punkt. Aber ich hab' doch gar nichts gedrückt. So, was ist dein Name, Killer? Hammer! Geil. Riesenknarre und Bottomless Max. Ja, ich bin zufrieden. Hier geht's ja noch hoch, ey. Äh, was passiert hier oben? Was sind denn Null-Skill-Points? Yeah, about that. Not the weirdest thing you're gonna see on Pandora. But seriously. Thanks for answering my call. We might not have the numbers, but with a badass like you, we've got a fighting chance. Welcome to the Crimson Raiders. Drop it to playbook area. And the door is a dangerous place. The grenade mod will come in handy. You should equip it before we get started. Let me know when you're ready. Okay. Meine erste Waffe hat auf jeden Fall einen Secondary Fire Mode, ne? Auf C könnt ihr die durchschalten. Habt ihr gehört? Äh, was? Secondary Fire Mode? Ja, auf C kann man die durchschalten. Ich hab keinen C. Equip Grenade Mod, okay. Ich will auch grad mal checken, wie das hier funktioniert. Equip Slot 1, Equip Slot. Ah, okay. Dann kann ich keine Granaten machen. Entweder Granaten oder ein Secondary-Skill. Welche ist denn die Grenade Mod? Woran erkenn ich die? Okay. Wo hab ich jetzt die Skills hingemacht? Ey, weiß jemand, wie man die Grenade Mod equipt? Nee, war da leider nicht. Ich glaub, die Grenade Mod hat man die nicht automatisch. Ist das nicht einfach die aktuelle Granate? Ja. Geh einfach drücken. Geh einfach drücken. Hast du da gerade gepinkt? Ich, ja. Was ist das jetzt? Okay, die Action ist draußen. Oh, geil. Wer ist explodiert? Was ist das? Splatsch. Oh. Wie der Böse. Wie Lilith. Na, diese Drohne. Kann man die auch abknallen? Scheinbar nicht. Oh, ich bin in meinen Mac gegangen. Alter, du hast wirklich einen Mac. Was geht's? Alter, Simone. Action. Action. Abonniert meinen Kanal. Klickt die Glocke an. Daumen hoch. Mein Traum wird wahr. Daumen hoch. Oh. Das ist nicht lustig. Doch. Es ist 2019. Das ist nicht lustig. Jetzt fängt es an zu rennen. Gelaber. Wir wollen doch nur Loot. Ja wirklich, ich will keine Geschichte. Mach die Tür auf jetzt. Lilith. Lilith Mab. Die ist einfach da durchgegangen. Ja, was soll denn das? Oh. Loot, loot, loot. Einfach an ihr vorbei. Allein wie toll diese Kisten alle aussehen. Muss man jetzt echt auch mal loben. Ja, ist vom Pappkarton bis zur Totenschädelkiste wirklich alles dabei. Ey, Batman. Was, wo? Im Fernsehen. Ja, Bane. Bane, man. Wie, hast du schon so tolle Waffen, oder was? Neues Schild. Na, ich bin ja auch gleich Level 3. Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, Roger? Ja. Kann jemand was machen? Ne. Der drückt die ganze Zeit Tab. Tab? Ne, kannst du, musst du hin? Man soll's nicht drücken, deswegen. Da ist schon wieder jemand gedrückt beim Countdown. Ne. Alles gut. Ich war's nicht. Ich weiß, wer es war. Okay. Budi und Eddie können auch auf Simons Mac reiten. Äh, echt? Ja, das steht hier. Können wir das nächste Mal, wenn ich den Ausverstehen aktiviere, so wie eben, können wir gerne mal drüber reden. Oh, da kann man nicht meckern. Ja, was? Nils ist nicht da. Irgendeiner muss die Lücke füllen. Es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, den Borderlands-Account mit Twitch zu verbinden und dann gibt es irgendeine Community-Einbindung. Die heißt Echo. Und für alle, die es interessiert, der Olli versucht gerade irgendwie das zu klären, ob wir das Lenshöl sogar machen können. Was passiert dann? Das weiß ich nicht, aber es klingt spannend. Vielleicht kriegen wir mehr Loot. Ich glaube, die Community kann dann irgendwie mit uns interagieren im Spiel. Schauen wir mal. Was ist das hier? Ach nee, das sehe ich nicht. Ups, ich habe ausgesehen. Entschuldigung. Trade, turn on. Ach, lustig. Guck mal. Das ist doch das Standbild auch an der Attack. Please stand by. Und Fallout, oder nicht? Ein bisschen. So, was passiert hier? Ah, guck mal hier. Oh, naja. Wie gesagt, ist noch nichts freigeschaltet, oder? Nee. Das ist Fast Travel. Muss man das erst freischalten? Sag mal, aktiviert. Alles, was grün leuchtet, kann, glaube ich, inspiziert werden. Ah, das ist aber sehr interessant. Der Chat sagt, man kann, der Chat kann, ich lass ihn erst mal. Okay, ähm, wenn man Level upt, bekommt man quasi so Pinata-Bonusse, äh, oder Boni. Und das kann die Community quasi für uns bestimmen. Ach, das wäre geil. Also, es gibt schon mehrere Möglichkeiten da, irgendwie. Ähm, ja, wir haben eine neue Quest. Falls ihr es seht. Nee, ich hab mir nur ein neues Schild gekauft. Ich komme. Hier ist so eine Art Höhle, aber wir haben kein wirkliches, äh... Doch, wir haben ein Ziel da. Feind Sun Smasher Chief. Im Norden. Ey, wir könnten ja auch mal geil in diese Höhle hier so rein. Die sieht spannend aus. Ja, dann lass mal in die Höhle rein. Nee, wir kommen da leider nicht hoch. Dann kannst du nur von oben runter. Dann müssen wir rechts rum oder links rum, oder was? Um nach Norden zum Ziel zu kommen. Ja, na? Niemand weiß das ganz genau. Na, lass das links rum gehen, die bonding nach. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir sehr gut. Ach so, oh. Bam, 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 bam. Alter, was hält der denn aus? Kann jemand mir helfen? Ich bin so direkt hinter euch sozusagen. Ich wollte es. Ein klein wenig Hilfe wäre. It goes a long way. Ed, kannst du uns Rückendeckung geben? Rückendeckung? Ob Ed, der Richtige ist für Rückendeckung? Ich kann dir meinen Rücken schießen. Oh, falscher Geburten. Oh, nein. Wo ist noch meine Special Skill-Taste? Hier. Nein, das war die Map. Geil, Level 3. Jetzt kann ich hier schön meine Skill-Points machen. So, Leute, jetzt seid ihr sicher. Was wollt ihr? Alles ist gut, unter diesem Schild. Kill Skill. Okay, das klingt gut. Und das scht lasst. Was können sie sein? Level 3. Das ist nicht gut, oder? Autopilot, Autopilot. Viel Geballer. Baller, baller, ballern. Aber man verzerrt, aber man verzieht ganz schön, oder? Das ist ja Level 1 Waffen. Richtig scheiß Waffen bislang. Ach, komm. Geronimo! Jetzt habe ich aber genug von euch. Abonniert mich, habe ich gesagt. Macht die Glocke an. Lasst ein Like da. Der Abonator. Morgen auch in deiner Stadt. Er kontrolliert, ob du auch die richtigen Kanäle folgst. Das war doch ein fröhliches Geballer. Das ist noch nicht over. It's not over. Gibt es eigentlich auch nahkampfsicher, oder? Ja. Komm her. Aber wo? Alter, lustig. Das Tropfen lacht mir. Alter, ey. Der hält aber echt ewig viel aus, ne? Ach, hinterher sind auch noch welche. So. Jetzt mal eine geile Knarre wäre ja eigentlich auch ganz geil. Nein! Kann mich jemand retten? Ich bin so ein bisschen vor dieser Treppe nach oben. Vor diesem Übergang. Aber ist egal. Ich kann auch. Kommen wir sofort. Ja. Ah, egal. Seh dich? Bist du spät, oder was? Ja, ziemlich. Scheiße. Oh, oh. Alter, hier sind ja super viele. Interessant. Das Schild ist eine semipermeable Membran. Let's go around, huh? Ich muss noch einstellen, dass... Da oben. Wo denn? Ups, da, ne? Oh, nötig. Boah, das macht echt wenig damage, ne? Wo ist er jetzt? Da ist er. Kapott. Da ist irgendwo noch ne dicke Lootbox irgendwo. Was ist das für ne Knarre? Ah, okay. Damage 6x7. Was 6x7 ist? 5x5. Wo ist der denn? Der da rumschreit. Ich seh den gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Ja, hier weiter vorne. Ah. Flatsch. Ah. Hm. So nett. Ach so, 6... Bei der Shop haben 6 Pellets. Und jede einzelne macht 7 Schaden zu stehen. Danke, Jim. Vaal. Bandit life! Shoot me down, will ya? I like to hang, but not like this. Not like this! Ah! Reefs are... Uh... Oh, oh, oh. Hey, yeah. Ah, feet work. Good. Nice to meet you. Hey, thanks. If you hadn't come along, it might be dead. so what are you doing here I came to see Pandora's legendary half-naked bandits clearly also I just joined up with Lilith and the Crimson Raiders Lilith Firehawk oh man I used to run with Lilith back in the day but you know no I'm a bandit war chief go Sun Smashers I mean at least I used to be a war chief so you know my clan found that stupid alien junk I warned them not to mess with that crap but what do they do they tie me up and they take it to the Calypso Twins not cool bro geile Waffen hier oben so ich der einzige der mit ihm redet ich höre auch hin ich hab was von geilen Waffen gehört und bin schon da ich mag den ich will auch so einen Umhang haben erst mal kurz die Waffen tauschen Itemscore 83 so geil sind die gar nicht so werden wir hier vielleicht erst mal ganz kurz bevor wir jetzt kommen ach Simon rennt schon hinterher ne einmal ganz kurz in die Werbung springen kurze Unterbrechung Pipi Pause und dann geht es gleich weiter wie wir Borderlands 3 hier anfangen schön ne bleibt dran bis gleich zurück bei Borderlands wo sind wir wie sind wir was sind wir äh wir haben gerade Vaughn haben wir uns gerade äh geschnappt der ist von Tales from the Borderlands übrigens ähm Buchhalter war er da noch Buchhalter ja er hat sich äh weiterentwickelt würde ich sagen wir müssen zurück Simon ist schon ein bisschen vorgelaufen achso ne ich bin dem Typen gefolgt äh aber der ist jetzt hier quasi hat angehalten und wir Back to base ich geh ich glaub hier noch mal ein bisschen rum sammeln was ein und so warte auf euch pfff wiii wiii oh hoffentlich gibt es keine Falling Damage gibt es nicht ne gut aber du bist komplett an Trum vorbei und dich berücken dummerweise hinterher ja gut Back to base so habe ich mir die Welt von von TSPunk vorgestellt ein bisschen ja das kommt schon hin ja ah jetzt gibt es Auto ein bisschen und da ist ja 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 viele interessante Waffen. Nehmen wir mal zwei, nehmen wir mal mit. Ready when you are. Wo gab's Waffen? Hier oben, wo wir stehen bei den Verkaufsautomaten. Da gab's Waffen? Granatenschilder und andere Kram, ja. Jetzt mal die Sache so, kauft man die oder wartet man bis man sie findet? Vault Hunter, you're gonna need some wheels. My friend Ellie runs the catcher ride. Go introduce yourself, she'll hook you up. Fanservice. Das bringt Klicks, Leute, vertraut mir. Das wollen die Leute sehen. Ich kann leider nicht, er hat hinten so lustige Löcher, aber die kann man leider auch nicht sehen, weil er eine sehr gute Idee, weil er einen Umhang trägt. Das würde mir für Schmorf noch fehlen. Achso, hier oben könnt ihr Farben ändern, wenn ihr das noch machen wollt. Mischt ihr aber nicht. Wir können jetzt auch einfach zu Ellie gehen. Gut, gut. Ab zu Ellie. Ist das bei euch auch so, wenn ihr den Map Button drückt, dass ihr dann nicht nochmal den Map Button drücken könnt, um die Map wieder zu schließen? Ne. Also drück mal M. Drück nochmal M. Drück nochmal M. Drück nochmal M. Ja, siehste? Das ist ein bisschen komisch. Ja, aber Tab halt, ne? Ja, aber... Warum? Okay, ich lauf schon mal zur Garage, ne? Aber wenn wir immer vorrennen, dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, wenn ihr dann stirbt und keiner da ist, um euch zu reviven. Sagt der Richtige. Wieso, ich bin noch nicht ein einziges Mal vorgerannt. Das stimmt. Gib ich dir recht. Okay. So. Sind wir hier richtig überhaupt? Äh, hier kamen wir doch her, oder? Ne, hier sind wir ja nicht richtig. Boah, hier ist aber ein Boss, Alter. Da ist schon wieder der Boss. Boss geil, dann machen wir alle. Oh! Das ist der von gerade eben. Ja, ja, egal. Dann machen wir ihn halt nochmal. 2.0. Aua, Alter, das ist ein Schwert geworfen. Das kann nix, kann der. Ha! Shit. Ja. Jawoll. Ja, wir müssen zu dieser Garage, Ellys Garage. Ich weiß nicht, ob Simon durchgehen muss, als Host. Ach, ich bin der Host? Ist okay, ich geh. Ja. Kann irgendjemand? Ich drück auch E. Ich glaube, man darf nicht zu nah ran. Ah, gedrückt halten. Ne, das ist schon. Nö. Jetzt passiert was, bei mir. Ha! Go to Ellys. Ne, nicht so oft drücken, Budi. Jetzt. Ich glaub, das ist irgendwie. Ah! Hat doch geklappt. Ah! Da, 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 ich... Elli ist ja wohl die Frau mit den meisten Sexappeal in ganz Borderlands. Lese ich gerade. Das wissen wir gar nicht. Ich hab gar nicht ganz Borderlands gesehen. Dich, 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 dich. Könnte man da kein Auto holen? Das Spiel sieht schon übelst schlecht aus, nicht besser als 1 und 2. Die Umgebung sieht auch überall gleich aus, schreibt Peter Falter. Das Detail ist schon ein bisschen besser geworden. Das ist halt der Seljay-Look. Der ist halt so ein bisschen limitiert in seinen Darstellungsmöglichkeiten. Aber es sieht schon... Ja, find ich auch im Detailgrad und so find ich schon auch... Also es sieht nicht aus wie das erste Borderlands. Nein. Da müsst ihr euch echt mal die Vergleiche angucken. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Es sieht jetzt auch nicht aus wie Metro, das Neue. Aber es ist dafür halt auch sehr, sehr groß. Aber Metro auch. Shit. Aber es ist ja auch nicht immer nur die Grafik. Es macht einfach Spaß. Das ist auch was. Kann ich denn die ganzen Dinger, die ich da immer kaufe, auch mal benutzen? Du musst eckritten, ne? Du musst eckritten, ne? Hehehehe. Oh, howdy! Didn't see you there. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Ja, sie ist schon sehr hübsch. Das ist korrekt. Da hat der Chat ausnahmsweise mal keinen Scheiß erzählt. Weißt du, wie du die equipst, Simon? Die Waffen, die du gekauft hast? Ich weiß nahezu gar nichts. Also wenn du Tab aufmaust. Das können wir ja jetzt erklären, bevor wir wieder in den Gunfight gehen. Mach mal Tab dein Inventory auf. Ähm, Inventory, äh, I oder was? E, Tab. Ja. Oder I. Ja, oder I. Genau, dann kannst du hier mit der Maus drüber gehen. Lass mich doch grad mal. So. Genau. Und wenn du dann... Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Genau, eins. Und da hast du dann die Sachen. Sword by Type oder Name. Und dann kannst du, genau. Ah. Oder E drücken. Also du wählst sozusagen den ersten Slot aus, wo du es hinhaben willst. Und du trägst dann von den Maus das E. Die hat das gebrauchen. Mhm. Take Vehicle, hijack Vehicle. K... Na, okay. Ja. Ich muss mal ganz lang hier... Seid ihr, seid ihr richtig da? Oh shit, nein! Oh, hier sind geile Waffen. Es ist so geil, wie es einfach instant schon wieder anfängt, nur nach Waffen zu gucken. Es ist ein bisschen dumm, dass es nicht ganz oben angezeigt wird. Kann jetzt oben das Waffen-Double nicht liegen. Das ist ja mal ein versteckter Safe. Auch nur ein bisschen Geld, so eine Scheiß. Na sehr gut, ey. Das ist kooperativ. Auch Geld gekriegt. Oh, was ist das hier? Guck mal, ein Schappi. Was ist das hier? Können wir das mal kurz zeigen, liebe Regie? Was ist das denn hier bei mir? Regie, zeig doch mal kurz den Simon. Das ist er nicht, das ist Budi. Das bin ich. Was ist das Stück? Okay, aber nun, unter dem Müll ist einfach auch noch was versteckt. Selbst im Müll, Budi, findest du noch was? Ja, das ist ja Level 4. Ich weiß noch nicht, ob ich die Waffe geil finde. Glaube nicht so richtig. Schnauze! Das bin ich. Ach, dieses Maschinchen gehört zu dir, oder? Diese Meg, was da rumfliegt. Hier, weiß das jemand? Ja, das ist meine Drohne. Ich versuch dir die ganze Zeit abzuschießen. Lass es bitte. Aber das sind ja Drohnen. Drohnen! Ja. Aber es ist eine freundliche Drohne. Der eine Fertigende Bierte. Schrauben Sie mich nicht. Schrauben Sie sich! Oh, ich bin dann damit. Ich bescheide euch den Abonieren. Schrauben Sie mich nicht, meine Kinder. Puls, sie bin ich. und wohin nun zu zieler rechts lang in jedem klo mit viele gegner kram sind wir gegner ja kritiker einer was sind denn diese granaten die granate nach oben geflogen das soll doch keine granate machen ich muss meine tassenbelegung alles machen viele granate zünden und machen wir mal einen special move hier alter gott ist das viel geil nein gerade jetzt wir haben ihn fast komm oder monster truck ja einer ist da und das ist mein monster truck alter was geht heute ich bin im auto nur jemand mitfahren oh shit ich hab die links und rechts tasten nicht shit kabumm 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 driving wunderbar das sind ja nur solo dinge man kann man kann nicht richtig oben drauf stehen bleiben der bombt einen so ein bisschen runterlader da ist noch einer an frechheit so machen wir das hammer ein bisschen gewöhnungsbedürftig die steuerung aber das geht und dann aber wenn du selbst einst fährst merkst du dass die hat keine spuren hinterlassen ich brauche ich brauche irgendwo munition wirbeln die eigentlich hier echtzeit die strecke auf oder ist das so das ist tatsächlich echtzeit hier schon lustig mag das das mit oh nee doch nicht ah es ist illusion aber es haben sie gut gemacht was denn naja dass man hier bei den ecken denkt dass diese spuren von den fahrzeugen kommen und dann aber wenn du selbst einst fährst merkst du dass die hat keine spuren hinterlassen easy money ok wo müssen wir hin da hinten lang hey da kommt man nicht raus aus dem ding drive vehicle to catch a riot vielleicht ja oder müssen wir die gar nicht abballern sondern äh ich habe irgendein modul das musikmodul vielleicht sparen die auch immer wieder weil wir uns die mobsen müssen wie hast du denn deinen wagen bekommen eddie der stand da rum ok wir sollen den wagen ja eigentlich zu den Dings fahren hier man kann die rausziehen und dann ja oh die ist eigentlich ganz süß oh ja dann müssen wir jetzt nochmal eins für sieben organisieren einfach hingehen und e drücken ne ja ok das sollte machbar sein ok da steht ja auch use catch a right ja das ist dann natürlich das kann leider nicht mitfahren das finde ich so blöd das müssen wir warten bis ein nächster spawnt ich glaube es gibt autos die sind fürs mitfahren und manche nicht ok hier ist auch ein ziel ne der das karo ok aber wieso fährt denn der so komisch ey das kann man gar nicht machen so leute wo bleibt ihr ja wir suchen den weg das finde ich ganz cool dass es keine unsichtbaren wände gibt dass man nahezu überall auch lang kann ok sehr orientierungslos gerade ja hier ist die neue quest aber das ist doch mal ne granate wie einfach der werfe dann more bang for your buck also ich bin hier beim beim ziel aber dann warte ich jetzt gerade auf euch ne ich bin auch auf dem weg ich verfolge die mission also ich finde es sehr angenehm alles gemacht wie man so ich habe ja damals kein borderlands groß gespielt ähm finde ich sehr angenehm hier oh da ist übrigens das fahrzeug liefergerät nehme ich an guck mal wenn du hier nämlich drückst catch a ride was ist das geld ok haben wahrscheinlich nur ey das ist schon cool dass man das fahrzeug auch komplett equipen kann ok wenn ihr ready seid sagt Bescheid dann können wir da hin düseln ne yeah ok ich bin bereit so lass mich kurz mal ausrüsten hier so ein bisschen krimskranz geil nur den guten shit werde ich jetzt mal probieren ey irgendwas beißt mich an jo schießt du drauf ich muss kämpfen ich kann nicht ne du musst nicht kämpfen wir schießen darauf ey die hast du gerade ernst auf mich geschossen? nein ein bisschen ja ihr habt auch raketen was hält denn so ein kleines Vieh aus warum halten die so viel aus? ja die Skags ja das war scheinbar ein krasser guck mal ja komm lass uns warte sonst kommen die ja ich steig jetzt auf dann muss ich erstmal aussteigen wie die Waffe an nicht so schlecht äh level 2 Waffe ok was ist das? ok leute ok das ist Schluss ja los gehts ups folgen sie mir oh komm jetzt ernsthaft du scheiß Auto ja die Steuerung mit der Maus ist ein bisschen nervig ich glaub das muss sie noch umstellen ja das ist halt kein Warhawk ja ich bin auf dem Weg zum Quest und wir sind schon da ditto das glaub ich nicht guck mal auf die Map wir sind äh ich hab vorwachen ja ich auch ja jedenfalls können wir hier wo wir sind Budi können wir wahrscheinlich grad nicht durch da müssen wir eventuell mal gucken was was hier ist ja das wird doch falsch ne vielleicht sind wir gar nicht falsch ach hier kann man sich wieder ein Vehikel holen das brauchen wir nicht hä? ach geil geil ja dann sind wir falschen Werfer das ist Eddie Eddie richtig das ich möchte nicht dass das so ist ja ich auch nicht ihr müsstet euch mittlerweile dran gewöhnt haben eigentlich alter nein das ist das eine Mal was dann hundertmal wieder erwähnt werden wird ne dann komm ich jetzt dann komm ich halt jetzt auch ich auch aber ich auch bist du denn da lang gefahren man ja halt den richtigen Weg da ist schon wieder so ein was ist das denn für ne extra mission bitte shoot him in the ass shit alter ne türkise waffe Album ja mein auto raucht schon das nicht rauch ha ha living ich komme врr es ist so schlecht ich will überhaupt nicht mit der Steuerung klarkommen Eeeh-eeh-eeh-eeh-eeh-eeh! Ach, Kacke, man brauche echt ein Fahrzeug, jetzt kotze ich aber fett ab, um über diese blöde Rampe drüber zu kommen. Oh, muss das aber Clear sein. Alter, wo bin ich denn hier? Was steckt dem im Auge? Ah, okay, gut. Oh ja, das ist relativ viel Loot. Das ist gewöhnlich für einen Loot-Shooter, finde ich. Ja? Schön. So ein Fick-Bratzen-Spiel, jetzt muss ich hier echt nur so ein Auto holen, um über die Rampe zu kommen. Alter, ich hab hier grad ein Humans-Spine platziert. Ach du Scheiß, ich bin tot, Rudi. Komme. Ach so, wieso war das, man kann ja dann... Achtung, hinter dir! Wo bist du? Wo bist du? Ja, wo war ich bei dir? Alles gut. Ach du, ich muss jetzt einen Rückgrat einsetzen, den es interessiert. Vielleicht wollt ihr zugucken. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ach du Scheiße. Nice Booty. Hm, secret stash. Right here. Easy. Oh, naja, neue Waffe. Guck mal, ich hole euch hier schön die Kohle. Papa bringt die Kohlen nach Hause. Bist ja echt. Geh open. Wollt ihr da noch weitersuchen, sonst würde ich triggern hier. Story trigger. Ja, mach mal, ich bin eh woanders leider gerade. Also richtig geil waren die Waffen, aber nicht. Oh, toll. Can you find something to complete that electrical connection on the ground? That might do the trick. Sie haben halt ein Sexgleicher. Wir müssen hier noch was finden. Open Trapdoor. Nein. Irgendwas müssen wir finden, um die Stromkabel hier zu connecten. Was denn? Ja, weiß ich auch nicht. Das steht bei mir. Da steht bei dem Missionszielschild open. Da steht open trap. Ja, genau, aber um die zu öffnen, brauchen wir irgendetwas, um das Kabel zu verbinden. Und ich weiß nicht genau, wo wir das herkriegen sollen. Und auf dem Boden oben die. Ey, was sind das denn für Granaten, die sich so wegteleportieren einfach und dann sind die weg? Was ist das denn für ein Gedanke dahinter? Okay, wie kommen wir denn jetzt weiter? Der redet nochmal. Ich schwitze. Ah! Okay. Open Trapdoor. Hast du unten schon alles abgecheckt? Ja. Ja. Ich hoffe, dass ich mich irgendwas vergessen. Ich geh jetzt nochmal hoch und guck nochmal genau. Ich check mal hier die anderen Container. Ja, nochmal. Also hier, dafür, für dieses Kabel müssen wir was finden. So ein bisschen das, was Simon da mit seinem Bein gemacht hat. Ja, dann brauchst du so ein, ja, wie gesagt, ein Rückgrat von einem dieser komischen Wirbelfiecher. Ja, also nicht die Menschen, also, das ist nur ein Gag. Shoot Waterpipe. Shoot Waterpipe. Shoot Switch. Ja, dann mach ich das jetzt. Schön. Das ist wie eine Boss Area hier. Oh shit. Ich verpiss mich. Boah, was rennst du denn weg? Warum fährst du mit dem Ding? Ah, weil die ganzen Monster kommen! Ah, kein Problem. So, kann man nicht denen jetzt das Genick irgendwie entfernen? Boah, kann man das nicht gebrauchen? Das Genick? Na, also das Rückgrat, aber das haben wir vielleicht auch schon gemacht. Das ist zumindest schon einmal gemacht. Boah, ich raste aus. Das wird halt auch nicht eindeutig angezeigt. Das lila nennt. Sieht ja aus, als ob das irgendwas ist. Ob das ist nix? Na, irgendein Kristall. Sehr gut. Was geht denn hier ab? Das ist die Granate. Das war meine, ja. Das ist so ne unsinnige Granate. So, jetzt aber, ey, was ist denn, was soll denn das hier? Ähm. Hast du was gelöst, das Rätsel? Nein. Cool. Gesundheit. Gesundheit. So, Leute. Oben am gelben Kabel die Dinger kaputt schießen. Das mach ich jetzt. Naja, aber... Mach's doch. Tatsache. War einfach nur drauf schießen? Ja, das war sehr einfach. Das war sehr einfach. Dankeschön, Chad. Hätte man auch drauf kommen können, dass... Nein, hätte man nicht... Nein, hätte man nicht... Borderlands-Rätsel. Hätte man nicht drauf kommen können. Wenn's draufballern ist. Das stimmt. Aber ich hab das Gefühl, hier ist irgendwo noch... Hier geht's runter. Geheimnis. DIVI! Halt an, look at that! Dicke Lootkiste! Uuuuuh! Wartet, wartet! Bandits are happier about blood than a tick on a Skagg's ass. Anyway, you're always more likely to find good stuff in them red chests. They're usually hidden pretty good, though. So you'll have to really search your mouth. But it's worth it. Thanks for taking care of that dump truck situation, sweet thing. Sweet thing. Oh! Oh! The pinkest shit. The pinkest shit. Irgendein großer Gegner ist aufgetaucht, oder was? Was ist denn groß? Habt ja auch ein lila Schild gekriegt. Ich hab eins, ja. Nice. Absorbing-Shield. Shield. Ich hab dir ja schon so krasse lila Schilder, ey. Was geht denn? Wir haben gefunden eben hier. Ich bin enttäuscht. Ich möchte auch... ...so ein Stück weit Belohnung für gute Arbeit. Ich will auch gerne belohnt werden, ja, ja. Okay, go to the Holy Broadcast Center. Center. Okay. Okay. Es hat aber... Nimmst du... Ey, 167, das ist mein Auto. 167? Feindes Keepers? Ey, 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 ey! Das ist dein Ernst, Budi. Aber das ist meine Karre. Das ist doch mit. So auf die Art. Ja, warte, warte, dann lass mich da rein wenigstens. Das geht doch nicht. Autodieb, Alter, das gibt's ja überhaupt nicht. Ach, zwei können rein? Auf drei oder nur zwei? Oh, Mist. Ich bin dagegen gefahren. Ja, ich muss mich daran gewöhnen, dass man die Maus... ...mit der Maus steuert. Das finde ich sehr seltsam. Ja. Ey, wie gilt denn das? Das wusste ich aber nicht, dass man... ...schifft. Schön abschiften. Na komm, Gegner! Ups. Kann man da irgendwie drauffahren und dann... Warte doch mal, warte doch mal! Da willst du nicht... Guck mal, da ist irgendwas, der wird aufgeladen. Weggebeamt, was ist jetzt los? Hier gibt's doch Shit. Ach, hier kann man, äh, truffeln. Skag-Dog-Days. You're in the Hot-Dog-Business now! Okay, ich hab irgendeine Mission getriggert. Ja, lass das machen. Side-Quest. Wo ist die? Wiss man nicht. Nun? Nun? Wo ist die? Pssst. Ja, ey, keine Ahnung, wie der ist. Oh, Mann, kann ja sogar Paint-Jobs. Ach. Ja, ja, ist der gut. Wer ballert denn hier schon wieder so hart? So. Okay. Ach, da ist ja wirklich ein Gegner. Ich brauch's... Wo? Ja, hier. Ich dachte aber auch, ich wär einer von euch, äh. So. Das ist ja geil. Okay, wollen wir weiter? Super Party Team! Ah, da muss man rein. Das ist so schlau, aus euch hinterherzufallen. Also, ich dachte, bis es explodiert. Lacht. Weg. Ups, Granaten, okay. Die haben ja mein Auto kaputt gemacht. Alter, was hält der aus? Der Badass-Tink. Oh, ein Sniper. Boah, ich muss mal Shit irgendwie verkaufen hier. Ich hab keinen Platz mehr. Gute Idee. Ja, wir treffen ihn von hier nicht so gut. Ups, sorry. Okay. Oh, die Waffe ist irgendwie nicht geil. Sehr unbefriedigend. Hoppale. Oh, oh, hier. Oh, okay, ich bin down ein bisschen. Ja, kill einfach jemanden. Ja, bin wieder da. Warum sollte ich überhaupt noch aus dem Fahrzeug aussteigen? Oh man, der ist Level 8. Der hält uns fast mal viel. So ballert der auch. Alter Schwede. I watch. Ja. Man ist dropping immer super. Ah, Misty, ich bin down. Hallo. Ey. Du, das war's. Das ist also nicht wahr sein, ey. Ach. Wie kann man denn Dinge wegwerfen? X gedrückt halten. X? Okay, sehr gut. Also mit der Maus drüber und X gedrückt halten. Okay. Ah, okay. Vlada. Vlada. Ach man, ich kann ihn noch gar nicht benutzen. Vlada. Vlada. Ja. Vlada. 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 Tja, also die Crap würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich nehme aber was davon. Das hat mich alles gut. Das ist auch eine gute Waffe. Ey, ich habe dein Auto geklaut, ne? Ne. Äh. Der Surgical Falcon. Kommen wir denn da rein jetzt? Das mag ich. Achso. Ne, Simon, ich warte auf dich, dann können wir zusammenfahren. Was bedeutet das denn hier, wenn ich das zeige? Das ist Pingen einfach nur. So, machen wir die Tür da jetzt auf. Irgendwas haben wir noch nicht gemacht. Ne, da ist das Ziel. Hä? Ne, das ist der Pingen vom Simon. Oh, Moment. Hier, Use. Achso, ne, damit kann man nur neue Vehicles bauen. Wir müssen einfach hin und drücken hier wahrscheinlich. Da, Travel Countdown. Krasser Typ, Bulli. Knaps! Krasser Typ, hätte ich. Cool, du hast getrunken. Das ist, äh, auf jeden Fall spaßig. Aber man, wie lange, ich habe das Gefühl, das spielen wir seit vier Stunden oder so. Das ist so, so gehirnbratzig. Gehirnbratzig? Ja, es brät dir einfach so den Vorderlappen einmal so durch. Hier kann man teleportieren. Max the Spot. Max the Spot. Wo kann man denn nochmal Shit verkaufen? Obwohl, das ist eigentlich egal. Auch an den Automaten, oder? Äh, ja, ich glaube auch alles dabei ist das. Du hast eh genug von allem eigentlich. Okay, wir trennen uns offensichtlich. Also, es ist schon sehr groß, weiträumig. Und sieht, finde ich, spannender aus als Fallout. Muss ich sagen. Ey, hier ist einer bei mir, der ein bisschen nervt. Also, da könnt ihr dir echt mal helfen jetzt. Sie ist hier noch einen Moment. Oh Shit. Kann man euch hijacken? Ja. Bam! Ey, das Hijacken ist toll. Was ist denn der Held denn? Fuck, ich bin voll tot. Da ist wirklich ein Badass hier bei mir, ne? Da könnt ihr schon mal hingehen. Okay, ich verpasst. Und? Ey, diese Maussteuerung im Wagen ist echt nicht intuitiv. Ich hab mich schon mal angewöhnt, ehrlich gesagt. Ich hab mich schon mal angewöhnt, ehrlich gesagt. Zack! Ha! So. Ich hab keine Munni mehr. Shit. Ja, hinterher, oder? Wo seid ihr denn? Da ist Simon. Ed, wo bist du? Bist du in Richtung... Oh, Level 6, drei. Alter! Level 6! Wie hab ich das denn jetzt plötzlich geschafft? Ich hab hier was gelegt. Geteilte Experience Points. Mit dem Damasch, Damasch! Damasch, Damasch! Let's go! Welcome to the Holy Broadcast Center. Our daily live scream will be starting shortly with a special guest. Give your offerings now so you can join our elite Iridium-tier chat for behind-the-scenes murder and mayhem. And now, the moment you've been waiting for. Let loose your bloodlust roar for our god queen, the first sister. Clodios. Die sind super. Hey, ich sehe die nicht. Ja, das ist der Part, den man auf der Messe spielt. Even though I wasn't born a bandit, my first words weren't bloodfeud or ripcage spelunker. Geil, der Shotgun mit Sniper-Scove. Geil, der Shotgun mit Sniper-Scove. Alter, da ist das ganze Oberteil abgefallen. Okay, wie kann ich nochmal mein Super-Special hier, wie kann man das machen? F? Ja. Komisch, hab ich nicht. Also, äh, der hat ja Cooldowns-Zeit, oder? Also, meiner hat auch immer. Ja, aber ich hab ganz schön lange jetzt gewartet. Das kann nicht sein. Der Mech ruft. Vielleicht ist es auch anders bei dir, aber bei mir ist es eff. Ja, richtige Scheiße für dich, ja. Das war's. Mit dem Damarsch, 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 Damarsch. Oh, oh, Swipey. I'm not enough space, das ist das Problem. Achtung, space. Krass. Kann ich Sie für den Wachtturm begeistern? Ich habe da eine gute Kreditlinie für Sie. Darf ich kurz reinkommen? Oh, ist schon tot. Das ist einfach zu schnell. Boah. Oh, ich bin vielleicht ein bisschen zu gierig gewesen. Ich liege auf dem Boden, drehe mein Swag auf. Komm schon. Ich komme. Bist du tot? Ja. Wo denn? Da? Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich kann mich aber nicht wiederbeleben scheinbar. Nö, nö, ich bin gerade abgelaufen. Shit. Der Ragnar will auch zocken, schreibt er. Ja, macht Spaß, ne? Ah, schon besser hier. Endlich mal so Wumpf. Ja, hast du was mit Wumpf? Ich bin gleich tot, da bin ich tot. Ich habe so irgendwie, dein Nickname wird mir immer so angezeigt, als ob du komisch rumremst bei mir. Äh, meiner? Back on my feet. Das ist einfach ein Bug. Was bist du? Ein Bug? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gesagt habe. Snipey. Oh. Heute nur Headshots. Ja, davon hätte ich gerne. Ich hätte es nicht gerne, sondern ein Scout hätte ich gerne. Benutzt ihr eure Granaten auch schön fleißig? Ja. Trant, welcher Jägerrang bist du? 800. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich sehr, sehr lustig. Das sieht ja nett aus. Oh, Leute, ist ganz gut, bevor wir hier ins Holy, Holy, äh, Ding, in den Holy Broadcast eindringen, müssen wir kurz auch erstmal für unseren Broadcast ein bisschen Spenden sammeln. Das machen wir durch Werbung. Das machen wir jetzt. Ihr seid dabei. Jetzt einfach auf alle, auf alle Werbefenster schießen. Wir sehen uns dann gleich wieder hier mit Borderlands 3. Ähm, es macht Bock und es geht noch eine Stunde weiter. Ratatatatatang. Ratatatatang. Genau so. Das ist das Motto. Ratatatang. Ähm, wir spielen Borderlands 3. Immer noch. Wir sind ... Sehr gut. Wir sind ... Ah, wir haben jetzt auch musikalische Unterstützung. Äh, hebt euch auf. Da Marsch, da Marsch. Wenn wir wirklich Damage machen. Oder Damage finden. Beiß ist auf jeden Fall gut. Das riecht nach Bossi Bossensen hier. Don't forget to like, follow and obey. Das hätte von dir kommen können, Simon. Die sind doch jetzt Influencer. Das ist ja das Geist. Das ist super lustig. Das ist schon sehr lustig. Das ist schon wirklich gut. Das ist ein beiläufiger Humor. Alle wissen, weswegen man Borderlands spielt. Wenn es wirklich nur Ballern und Rumluten wäre, würde es mir nicht so viel Spaß machen. Für mich ist der Humor essentiell, um immer wieder schmunzeln zu können. Man wird so brasig, so bretzig. Alles ist dann nur noch ein Brei, in dem man erstickt. Aber das zieht einen doch immer wieder raus. Man will auch lachen, wenn man Leute abknallt. Es ist ja auch spaßig. Oh shit. Diese Tinks, ey. Was wollt ihr denn? Das ist doch krass. Bist du zu gierig, ne? Vielleicht... Kann mich jemand aufhelfen? Ja, klar. Ich könnte, aber... Jetzt habe ich getradet mit dir. Also, bist du down irgendwo, oder was? Sieht man das nicht irgendwie besser auf der Karte? Das ist sehr schwer zu sehen. Naja, ihr braucht ja eigentlich auch nur jemanden abballern, dann seid ihr wieder da. Also, manchmal reicht es schon, wenn man ein paar Leute abballert in der Nähe und dann mit drauf fällt. Ja, second wind. Das ist ja alles sehr einsteigerfreundlich hier. Wie, dieses ist ja gelb. Alter, boah. Alter. Ja, ich habe noch nicht die richtigen Waffen für mich gefunden. Ich auch noch nicht. Die sind noch ein bisschen... Oh, die richtige Waffe muss dich finden. Oh. 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 Die sind nicht ich nicht verletzt. Ich habe noch nie verletzt. Ähm, hab ich irgendwas an neuer Superwaffe, die ich hier benutzen kann, was ist das denn hier? Tamed Wolfhound. Ich find diese, ich mein auch diese Box für Claptrap, ne, wie geil die eigentlich ist. 01001001 mit einem Ausgangszeichen. Das hat auch ne Brunnen, ne lustige, wahrscheinlich so geil oder lecker oder so, okay. Dies ist eine Pistole, die mir besser gefällt. Oh, hier ist ne super Chest, Leute, kommt zu mir, hier gibt's bestimmt geilen Loot. Oh, was ist das? Das wird auf jeden Fall angezogen. Zack. Oh, da ist ne blaue. Hier, der eine sieht aus wie Haihachi. Ja. Mit seinen Waren. Okay. Leute, hier ist gutes Loot. Ja, Alter, wir sind hier voll am Fighten. Ja. Frag mich auch, wie hast du die Zeit zum Looten jetzt gerade? Weil ihr kämpft. Das ist Teamwork. Einer lootet, einer kämpft. Ach so, das bist du. Oh. Das ist auch noch ne schöne Spratzpistole. Michael Jordan hat mal gesagt, there is no I in team, but there is an I in win. Sympathischer Mensch. So, wo ist jetzt an der Lootkiste? Hinten in der Ecke. Na, ich such wie erst. In welcher Ecke? Hier hinten. Da. Hinten. Da wo ich hinschieße. Hä? Da hab ich nichts gesehen. Ja, dann geh mal weiter rechts. Ach da. Tatsache. Ja. Ja, bei mir ist halt einfach nix geiles. Das ist echt traurig. Delicious. Mit dem Damash, Damash. Und Level 7. Langsam kommt man in den Bereich, wo die Waffen Spaß macht. Die ist eigentlich ganz geil, die hier. Aber was ist mit der hier? Okay, Leute. Es geht weiter. Okay. Warten noch gerne auf euch. Oh, was sind das für krasse Geräusche? Ey, das ist schon sehr liebevoll gemacht. Ja, guck dir mal diesen Skull an. Das sieht super aus. Wie das Auge auch so flackert. Super. Wunsch. Wo du am meisten hast. Wo du die Kusschen verraten hast? Du brauchst einen Klass-Mod. Es ist ganz schön. Schenken, im Ausflug zu machen. Du bist nur ein Klick. Ein Klick-Böck-Böck. Wenn dein Trigger geht klickt. Es ist Zeit zu kaufen. Hm. Das ist da eine Spiel auf Bickel. Äh, Bickel-Baut. Wenn dein Trigger geht klickt. Oder? Ja, ich würde auch sein. Ist es blau oder? Blau ist besser als grün, oder? Oder? Ja, also das ist zumindest den gängigen. Weapon Skin, oh. So, behalten wir nur geiler Shit bei mir. Okay, wir können. Oh, Bossi, Bossi. Uuuuuh. Meeeein. Oh. Geil, das fehlt. Mouth, please. Das ist alles so geil. Ja, ich... Wo ist er denn? Bäm, bäm, bäm. Da ist er, jawoll. Lass ihn uns von drei Seiten am besten angreifen. Weil das wäre super schlau. Oh. Mach er jetzt alleine fertig. Oh, dieses Damage, Damage, ey. Das muss man überhaupt nicht hier reinpassen, was einfach nur Stress schiebt. Super. Oh, jetzt ist er immun. What? Damage, Damage. Damage, Damage. Oh. Oh. Autsch, Autsch. Er schießt mit Musikwell. Wui. Wui. Wieso... Äh, wie kann man sich denn davor schützen? Nicht in den Bereichen noch rein. Aber wo? Welcher Bereich? Die Neonfarben, die zeigen das einen an. Oh. Yes. Shit, tot. Elmon. Ich hab's immer noch nicht. Die sind überall Neonfarben. In die Mitte dann. Also nicht neben die Boxen, ist doch klar. Ist doch logisch. Es sind überall Boxenbuddy. Ja, in der Mitte halt nicht. Oh shit, ich hab keine Muni. Was mach ich denn jetzt? Hier, ne Muni-Kiste. Wir haben ihn doch fast. Komm. Jawoll. Toll. Haha. Das ist einer für die Eclipse. Oh, guck mal. Da sind sie. Ja. Die N9-Endbosse. Ja. Der arme. Guards don't. Nimm den bisschen auf den Sack. Wer ist sie denn eigentlich? Okay. Wir sind alle krass. Bevor ihr irgendwas triggert, lasst erst gucken, ob es hier noch irgendwo eine Mega-Loop-Chest gibt. Oben bei mir? Du hast eine? Ja. Geil. Und ich habe sogar hier noch... ...und Skinner gefunden. Hier ist noch eine Quest. Was ist das denn hier? Hey Vaughn! Weißt du nichts über diese kleinen CoV-Statues? Ugh! Die Kinder in der Pfanne haben diese Suck-But-CoV-Statues all over the place! Warte, ich komme noch zur Kiste, bitte noch nicht die weiter triggern! Chisel-Jaw! Hier, du musst hier geradeaus durch, da oben! Hä, was hast du denn für eine geile Waffe? Na, lo! Wir können noch fast trailern, ne? Find Poster mit Front View, Find Poster mit Profile View, Find Poster mit Intimate View. Okay. Wir müssen das hier aktivieren, oder? Hier rechts oben. Are you ready? Die Orgel? Ach, ne. Kann man gar nichts aktivieren. Ja, ja, ja. Hä, das ist nix! Hm. Okay. Das hier ist so die Knochenorgel einfach mal. Ich hätte gedacht, da kann man irgendwas... Keyboard für Knochenorgel. Ja, also was wir machen können, ist, wir können fast traveln. Ja. Wollen wir das? Ja. Aber wohin? Da, wo die Quadrate hinwollen. Warte mal, warte, 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 stopp! Hier ist irgendwas... Das hab ich schon aktiviert. Das ist ne Quest. Aber wie kann man denn jetzt dahin traveln? Sie müssen sie in VR interagieren. Weißt du, dass wir die gleiche Technik in Hyperion haben, als wir einen Corporate Spy haben. Oder wenn jemand von der Broccoli Salad von der Brakehruppe getötet wurde und ich nicht mehr Zeit haben, um mehr zu machen. Anyway, Vig ist in einer virtuellen Torture-Chamber. Du musst gehen und sie rausziehen! Wie, inside. Wie, inside the head. Wo traveln wir denn jetzt fast? Ich kann jetzt so fast travel stationen. Und dann wieder, es ist ziemlich cheap in den Tagen. Ich meine, Leute machen entire worlds in da. Und sie leben einfach. Es ist weirrt, du weißt. Die meisten Leute haben einfach nur die Welt, die seit sieben Jahren gemacht wurden. Fast travel station steht hier. Ascension bluff. Da fährt schon jemand rum. Er haltet nicht viel von Freundschaften, ne? Ich weiß nicht genau, Ed? Ja. Wie bist du dahin gekommen? Zur Fast-Travel-Station. Ge-Fast-Travel. Wie machst du das? Ja, dann links auswählen. Irgendeine da. Und dann, äh... E. Fast-Travel. Ah, gedrückt hat mich. Irgendjemand ist doch bei mir drinnen. Ja, ich? Hörst du eigentlich irgendwas davon, was ich sage? Scheinbar ist das Mikro nicht real. Oh, Achtung, hier kommen... Sind die gefährlich? Ja. Die sind gefährlich. Naja, die sind auf jeden Fall Level 8. Hier lang? Ja. Oder? Wollen wir da runter? Ja. Schwarz ist nett. Doch, wollen wir. Da ist irgendwas links, ja. Das ist Budi. Ne. Da seid ihr alle doof. Budi! Ja. Achso, ihr seid das. Ja, ich seh's nicht. Ja, da steht halt BL Review drüber. Ne, wird bei mir nicht angezeigt, deswegen. Hier, guck. Wird nicht angezeigt. Wird tatsächlich nicht angezeigt, aber du bist trotzdem ein Fail. Danke sehr. Dann ist ja alles geklärt. Dann ist ja alles geklärt. Dann ist ja alles geklärt. Ich kann nicht wieder interagieren. Oh, deine Waffe sieht ja mega geil aus Budi. Ja. Aber so richtig geil ist sie eigentlich nicht. Ah, ihr habt so'n Dings gefunden. Es ist wirklich die alte Bluthandel. Ich habe das in dem Blutfeud Nummer 2. Nein, es war 3. Das ist richtig. Nummer 2 war die Zeit, dass ich die Krieg gegen die Mauten geklärt habe. Schau, welcher steht, Bro? Die Mauten! Weil ich hier noch. Shoot out! Man kommt jetzt bin ich erst mal! Alter, ich kriege noch mal gut was aus, Alter. Ach du Scheiße, was ist denn das? Hier ist ein Zwischengegner rechts, die Larven. Holy shit. Was seid ihr denn? Oh, mach doch. Voltaik, super badass Warkid. Geil, die schießen auch auf die, auf die Humans. Das sind meine trusty Hyperion Redbar X 2000 mit Quicksilverfly und kein Ruckbanding. Best underwear in the universe, Bro. Das ist die einzige gute Sache, die Hyperion mir nie gab. Ich verstehe etwa drei von diesen Worten. Das ist zwischen dir und ich. Sie sind die Grundlage aller meiner Macht. Das ist die Erstaunlichkeit und ähnlich, Simon, ey. Ey, er ist einfach supergeil. Ich mag alle Charaktere. Gerade in Tales from the Borderlands gefallen die mir noch alle am besten. Wer das nicht gespielt hat, spielt's. Es lohnt sich. Es wird allerdings weniger geballert. Du willst eine Image von dir selbst. Du musst deine Gesichter ganz gut aufhören. Ich habe ihn auf einen Rock gespielt. Okay, wir haben ein paar große Bilder von meinem reichsten Bandit. Jetzt, die CLV haben einen 3D-Printer neben dem, der produziert diese Statuen. Ich habe keine Ammo mehr. Ah, jetzt raff ich sie. Ich habe die... Ich habe die... Ich habe die Waffe von dem Boss aufgesammelt. Das sind so Musikwaves, die ich baller. Die sind homing, das ist ja echt geil. Ich will die, ich will die, geh weg, geh weg. Hä, was? Hä? Oh. Willst du was haben? Ich tausche gerne. Alles gut. Ich habe gerade... Mir ist das nicht so wichtig. Es sind doch nur Spiele. Ja! Oh, aber geil, meine Schüsse setzen alles in Brand. Oh, das ist super so was. Wie damals, als ich diese Harnröhren-Infektion hatte. Warum sagst du hatte? Ich habe sie assimiliert, sie ist ein Teil von mir. Sie ist kein Problem mehr. Sie ist keine Krankheit mehr. Haihachi, schön den Kopf, den kannst du nicht mehr in den Vulkan werfen jetzt. Oh, das ist geil. Ich habe eine super Waffe. Ich schieße, ich schieße kleine Feuerhahn-Dokens. Ohaah! Jeitz! Endlich! Oh, jetzt haben wir gerade echt eine geile Waffe gehabt. Leider leer, aber... Man weiß ja erst, was man hat, wenn es weg ist. Oh, nein! Es scheint zu gehen! Dass du nur noch einen Grund hast, wenn es geht. Oh, nein, nein, nein! Was hält der aus, ne? Ja, der bessere Tank! Tank! Oh, ja, 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 ich muss mich einmal kurz zurückziehen. Oh, ich bin out of ammo? Das muss doch schon nicht wahr sein. Tatsächlich. How is that possible? This cannot be. Oh, ich bin down. Simon! Äh, Simon, ich bin hinter dir. Findest du mich auch direkt hinter dir? Ja, ähm. Direkt hinter dir? Ne? Ich such dich? Ja, das ist gut. Ich war direkt hinter dir. Ah, okay, jetzt bin ich einmal um den ganzen Sack hier rumgelaufen. Hm, ich hatte eh keine Ammo mehr. Ja! Kann ich dich nicht wiederbeleben? Ne, jetzt, gerade zu spät. Far obedient, was ich da? Ja! Ich смотрите so viele Kosten, von ihm. Ich bin über später! Oh, ich denke da! Ä'reしゃる, ich denke da! Das haben wir keine M какая. Ich bist immer wieder podia Το Корaiah- Ich denke an alle Zlude. Ich bin holend ein Grab. Ich bin zip Kalani! Ich bin etwas. Ich bin dieser Dres young. Ich bin oben jetzt追 fuck for the calypsos Sagen wir mal, Granaten, die dann dahin fliegen, wohin man guckt. Das sind doch eigentlich Raketen und keine Granaten. Was macht denn eine Granate zu Granate? Wenn nicht die Tatsache, dass man sie wirft und sie dann irgendwo landet, wie ein Stein. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Demnach wäre ein Stück C4 ja auch eine Granate, weil es explodiert und du wirfst es. Es ergibt alles keinen Sinn. Wieso kann man diese Statue nicht nehmen? Wir haben doch eine Quest mit diesen Statuen. Ich kann aber nichts mit denen machen. So, wir haben jetzt hier die neuen Plakate gedruckt, wenn ich das richtig sehe. New Scatter. Man wird schon immer wieder schnell reingesaugt. Total. In das Spiel. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier keine Gegner sind. Hm. At my work. Okay, das war jetzt die Mission. Können wir einmal auf mein Bildschirm schalten? Jetzt müssen wir sie kaputt machen. Wir müssen sie kaputt machen und wir müssen sie ersetzen. Ich habe meinen zweiten Skilltree freigeschaltet. Zwei auf jeden Fall sind. Ich mag sowas. Hier war eine. Jetzt kann man mit ihnen interagieren. Okay. Zwei von drei haben wir. Eine war glaube ich am Anfang. Ach so, sie sind ja auch auf der Karte angezeigt. Ach so, sie sind ja auch auf der Karte angezeigt. Ach so, das war's schon. Ah, echt? Talk to Vaughn, ja. Okay, wo ist Vaughn? Ach du Scheiße. So, kann man da fast travel? Ja, man kann glaube ich fast travel. Okay, fast travel zu Ascension. Ich mach das schon mal. Ich kann nicht fast travel. Ascension Bluff. Du musst mit der Maus rüber und dann eh gedrückt halten, oder? Oder bist du schon da? Ich komm da aber nicht hin. Ich kann auch nicht beamen. Äh, du, es war bei mir eben auch gerade irgendwie komisch. Ich muss irgendwie das mit der Maus anklicken und dann eh drücken, oder so. Also so kleinere Bugs hab ich auf jeden Fall schon mitbekommen, bei mir gingen auch teilweise so geht's glaube ich auch immer weiter. Ah, okay, man muss wirklich einmal, ich verstehe, man muss es einmal markieren und dann... so kleinere Bugs hab ich auf jeden Fall schon gestartet. Okay. So kleinere Bugs. So kleinere Bugs. So kleinere Bugs. Eben hatte ich doch schon gestartet. Ah, du musst diesen... Da ist so ein Planetensymbol, das musst du anklicken. Das ist quasi das Fast Travel Icon. Oh, okay. Okay. Wie machen wir damit? All ready? Ja! Sehr gut! I'm still waiting for... Komm jetzt. Was genau? Warum geht es nicht vorwärts? Nee, nicht. Erdi? Travel cancelled. Einer ist in dem Menü. Das ist dann wohl der Ede. Skillpoint. Ich kann ihn nicht spenden. Hast du wahrscheinlich schon. Das steht da doch. Ein Skillpoint. Geht das nicht. Wieso passiert hier nichts? Simon ist jetzt im Menü. Jetzt müsste es gehen. Talk to one. Warum kann ich den Skillpoint dann nicht spenden? Ach ja, schön. Ich habe Destiny 2 wieder angefangen zu spielen. Mäh. Das macht Spaß, nicht null. Doch, ist geil, aber auch schon vorbei. Das ist genau Borderlands ohne Humor und Gründe weiterzuspielen. Wie viel hast du denn Destiny gespürt? Boah, ich habe Destiny schon ein paar Stunden, vier, fünf, sechs Stunden. Hui, Alter. Da tankt er wieder durch. Ich brauche Gegner. Mein Fuel geht zur Neige. Ach, kannst du nicht aussteigen, mein Freund. Tatsächlich, ich kann oben auf dich drauf, Simon. Ich bin oben drauf. Ich bin aber leider jetzt am Aussteigen. Ich fand es so lustig. Aber ja, merkt es fürs nächste Mal. Ein Auto? Kannst du von da ballern oder kannst du da was benutzen? Irgendwie eine Waffe oder so? Kann davon ballern. Ich wette, ich kann dir noch so ein Geschütz dahin montieren. Ja, dass wir Autos holen, ne? Kann man die hier nicht holen irgendwo? Ja, da oben. Ups. Jetzt könnten mal ein paar Feinde kommen, über die ich fahren kann. Juhu, überholt. Ich dachte, es geht noch weiter. Na gut. Oh, weil ich gerade im Chat lese, ähm, nein, es ist nicht der letzte Teil von Control, der heute läuft, denn ich bin immer noch nicht durch. Ist doch länger als gedacht, aber es macht mir mittlerweile unfassbar viel Spaß. Oh ja? Ich finde es richtig geil, wirklich. Je länger ich spiele, desto besser gefällt es mir. Habe ich selten bei Spielen, weil oft werden die ja ein bisschen langweiliger mit der Zeit, aber nee, das wird immer besser. Oh. Was seid ihr? Ist er da reingegangen? Ja, oben. Bei Vaughn. Da oben. Das ist ja mehr ständig. Hey, Vaughn ist der Beste. Vaughn ist einfach guter. Du hast die map? Nice! So, did you see any of my Sun Smashers? And why do you smell like dust and skin? Your clan was murdered by Tyreen Calypso. I was too late to stop her. Goddammit! I never told them I... I... No. Sun Smashers never cry. If Tyreen Calypso wants a Blood Feud, she's got one. Blood Feud! The COV was dangerous. It's even worse than I thought. Ich habe sogar eine digitale Uhr, die funktioniert. Das ist ja lustig. Hä, wo ist denn hier? Es ist nicht nur eine Map, though. Wir benutzen das, um die anderen Vaults auf Pandora zu öffnen. Every Vault needs its key. Well, let's take a look. Been a long time. Was ist das denn hier? Okay, eine geometrische Form. Ich nehme sie. Ah, ich gebe dir das. Okay. Nice. Du hast es kaputt gemacht. Sie hat es doch kaputt gemacht. Alexa. Alexa. Ich habe nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese Aridien-Technik funktioniert. Patricia Tannis. Sie hat eine DIG-Site auf der anderen Seite des Valleys. Geh die Map zu ihr. Ich werde mich aufhören, wenn ich kann. Ich muss ein paar leise Enden für unser Schiff. Hm. Die redet mir ein bisschen zu cool. Ich fühle die Hupe. Alle im Start, ja, ne? Was sind denn das für Ausrufezeichen eigentlich auf der Meld? Oh, da ist so ein dickes Ausrufezeichen auf der Karte. Ah, danke schön. Aber ich bin nicht ein Follower wie du. Ich bin ein Gott. Und meine Follower werden alles tun, was ich sagen. Oh, hier, kurz ein DEMO. Hey, du! Cut off your favorite leg. Oh, Tyrene! Ich habe nicht gesagt, aber... Er cut off both. Oh, jetzt ist er an der Stumpf. Und ein Sekunde. Hmm. Sie füllen einfach besser, wenn sie Angst sind. Was war mein Punkt? Oh, genau. Meine Follower werden mich für mich verändern. Und wenn es deine turn ist, dann werde ich dir wissen. Jetzt gehen wir raus, superfan. Fix diese Map für mich. Die Vaults sind meine. Superfan. Ich hoffe, dass sich das nicht mit der Zeit so ermüdet, sondern wirklich immer so bleibt. So locker, fresh und irgendwie einfach unterhaltsam. Ich kann mir vorstellen, dass sich dieser Trashtalk irgendwann abnutzt, aber bisher... Ja, wobei, irgendwann wird's ja, also, das war ja auch der Anspruch, der wird ja den einen Weltenbauer oder Geschichtenerzähler auf der Bühne, auf der Gamescom falsch hier. Und er meinte ja schon, also, dass da auf jeden Fall eine Entwicklung stattfinden wird. Und die wollten ja auch einen neuen Bösewicht schaffen, der halt auch mithalten kann. Ach ja, stimmt. Genau, man kommt ja von Pandora runter, ne? Das hat er ja auch erzählt. Genau, genau. Das ist alles noch Tutorial hier. Genau, ohne Fett zu spoilern, so, das wird sich noch ändern, auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen jetzt. Ich hab ja gesagt, ihr seid falsch, da. Ich geh mal wieder in den richtigen Weg. Geht vollkommen falsch. Wie komm ich denn da jetzt hin, verdammt nochmal? So, ich verbiete euch im Chat jetzt die Diskussion, ob der Steam oder der Epic Store schlechter ist. Ich verbiete es euch hiermit. Kraft meines Amtes als Community-Bürgermeister. Bürgermeister, Verbieter und Verbieter. Also, beides ist eigentlich das gleiche. Ich möchte, dass ihr das jetzt unterlasst. Das funktioniert sicher, oder? Wenn ich das so nett sage. Auf jeden Fall. Das sind alles eigentlich nur Munition jetzt. Ich muss sagen, es macht mehr Spaß mit euch, als es das erste Mal ich mit euch gespielt habe, wo ständig die Diskussion losging, wer welchen Loot kriegt und so. Ich bin froh, dass das alles hier freundschaftsicher geregelt wurde. Vielleicht liegt das am Nils. Einfach alles nehmen. Ja, wir alle wissen, dass es am Nils liegt. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass jetzt jeder einfach als sein eigenes Loot kriegt. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Nee, ich finde schon, dass wir das... Aber ich gebe zu, ich weiß, von wem das System kam mit Sicherheit als erstes. Nach zwei Minuten Spiel. Oh, das ist ein Siren. Das ist ein Siren, würde ich sagen. Oder? Ja. Oh. Ich habe das gesehen. Ja. Okay, von wo? Ah, von oben. Oh, da ist der Schneider. Oh, du hast aber schöne Waffen, äh, schöne Munition hier. Die ist geil. Das sieht aus wie so Amplitude. Ja, das ist die Waffe von dem... Das ist die Waffe, die wir bei dem Boss gerade gezogen haben. Die hab ich irgendwie aufgesammelt, ne? Ich hab die irgendwie nicht bekommen. Lilith, wenn du hörst, Bandits attacken meine Digsite, und das ist nicht das Bedeutung, die ich vorher hatte. Ja, naja, ich musste kurz lachen. Darf ich das nicht? Wenn ihr meinen Barrier berührt, müsste der euch eigentlich boosten. Hammer, wie die alle anfangen zu brennen. Das muss ich sagen, ähm, da macht's Spaß, zu schießen. Schon wieder Out of Abo. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ja, die kommen aber schon ziemlich inflationär hier einfach runter in die Killzone. Bis jetzt läuft's nicht so gut für die. Ja, ja, okay, ich muss so andere Waffe mir holen. Ey, da kommt Badass Fanatic mit ner dicken Wurme, mit ner richtig dicken Wurme auf euch zugelaufen gerade. Aber irgendwie sieht die mich gar nicht. Ja, er ist tot. Nice, oder? Hahaha! Nicht, ich bin mit dir eingesperrt, du bist mit mir! Geil, weg. Holt euch die Waffen, ich hab sie euch gerne gegeben. Danke sehr! Mit dem Darmarsch! Was versprinzt denn da? Bisschen ärgerlich ist, dass man die Waffe nur, den Mech nur so selten hat und so kurz. Aber ich glaub, das kann man auch noch verbessern, indem man, ähm, upgradet. Shit! Ah, das war auch echt blöd. Sooo. Sooo. Haha! Hm, ist diese Shotgun gut, oder nicht? Boah, ey, das hört ja echt nicht aus, ne? Was halt immer so ein bisschen schade ist bei Borderlands, denn es gibt im Prinzip zwei Gegnertypen. So komische Wildschweine und halt solche typischen... Bandits. Ja, stimmt. Aber die sterben so schnell, dass es eh kaum aufhält. Ja, wobei, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Also das ist... Ich hoffe echt, dass da jetzt auch mehr kommt so an... Auch größere in Boston, oder? Ja, gut, mal gucken. Wir haben ja jetzt bald die Vault Map und die führt uns dann hier. Ja, das kann ja ein bisschen woanders hin. Ja. Mal gucken, wie das dann ist. Alter, wer ist denn... Hier ist aber gesplattert. Eieiei, da liegt Gehirn. Eieiei. Eieiei. Da kommt sie wieder raus. Da ist Talis. Aber ihr seid alle noch hier in meinem persönlichen Raum, also los geht's mit. Sag mir, du hast die Karte gemacht. Ich habe, was ich konnte, Lilith, mit meinem riesigen Intellekt, aber limited resources. Shall we give it a go? Und ich glaube, das soll es tun. Hm. Some data has been corrupted. Es sieht aus, dass die Karte eine große Dämpfe verankert hat. Hypothesis. Tyrene Calypso hat versucht, die Karte zu schlagen, aber ihre Karte hat sie nur weiter verbringelt. Unfortunately, ich kann nur einen einzigen Planeten machen. Prometheia? Natürlich. Typhon de Leon hat dort das erste Vault gefunden. Prometheia. Gut, Tanis. Wir sind dann nach Prometheia. Ja, geil. Jetzt geht's hier wirklich weg. Wir müssen in diesem Vault, bevor die Kalypsos kommen. Ellie's been working on a ship for us. Ich nehme Tannis und die Map da jetzt. Ich will dich mit dem Landingpad, Vault-Hunter. Oh, du weißt, ich abhör das, Lilith. Ich versuche nur, meinen Iridian Experten sicher zu halten. Hast du noch einen Iridian Experten? Ich bin dein Urologe. Ey. Ja. Mal gucken, ob das nämlich so... Ah, da sind sie. Eins, zwei, drei. Alter, was ist hier passiert? Weck ist sie. Du hast sechs Läufe in deinem Lauf. Das ist halt einfach völlig bescheuert. Okay. Komm, wir machen was. Ja. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen. Head to ship in Raiders 3-Doc. Wir müssen da runter. Glaub ich. Oder nicht? Nee. Da hab ich die Parameter angezeigt. Aber da hinten ist sicher nochmal Loot in der Ecke da. Okay. Okay, ich lauf schon mal los. Ja. 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 Ich hab mir einfach gesagt, dass in diesen Vaults halt diesmal sag ich mal krassere Sachen sind und dass sich vieles, was man über die Vaults gedacht hat, vielleicht ändert. Ich weiß nicht genau, was er jetzt damit meint. Ich kenn ja nur Tales from the Borderlands. Aber da sind die Vaults, da wird deren Bedeutung auch schon mal so ein bisschen anders aufgeschlüsselt. Also ich bin sehr gespannt dafür, dass die Story jetzt einfach mal ein bisschen weitergeht. Ein sehr sehr großes Raumschiff. Das ist ja nett. Geil. Mal schnell gucken, ob wir Level 9 finden. Boah, das sieht ja echt cool aus. Also. Ist halt ein Raumschiff. Moment. Ja, das hier geht nicht. Das ist schon cool alles so. Ich kann schon verdammt viel machen. Ich will verdammt viel upgraden. Ah, hier. That's a manned turret. Die hab ich nämlich bei mir reingebaut. Deswegen kannst du jetzt drauf, wenn ich den habe. Können wir gerne in Zukunft immer zusammen machen. Sehr gut. Also okay, sie ist halt... Wie geht das? Also, das ist nahezu... Wie kann man so aussehen? Ja, wenn sie... Das ist kein Fatshaming. Ich find das einfach nur sau lustig. Ich glaub das ist anatomisch nicht möglich. Okay. Ich komm rein. Kann ich leider gar nicht. Kann man nicht rein? Ja, irgendwie kann ich bei dir nicht rein. Schade. Machst du da nicht rein. Also... Ich nicht? Geht das nicht? Kannst du nicht irgendwo rein? Ja, schauen. Ach, die Zeit vergeht wirklich verdammt schnell oder was? Ach. Es ist unfassbar. Jetzt, wo das Raumschiff kommt. Na gut. Das ist aber ganz geil. Weil dann, wenn Bully back ist, fängt das Spiel richtig an. Und dann gucken wir mal, was das große Borderlands-Universum für uns parat hält. Ich bin sehr gespannt. Als jemand, der ja von Tales from the Borderlands so ein bisschen... Ich glaube, da gab's auch andere Planeten. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen mehr gesehen hat. Freue ich mich drauf auf neue Settings. Ja, morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Übermorgen geht's auch noch mal weiter. Dann sind wir durch, oder? Mehr brauchen wir nicht. 3 Tage. Aber alle Waffen. 15 Stunden, alle Waffen. Okay. Das war geil. Horror hat euch hoffentlich auch gefallen. Uns auf jeden Fall. Morgen geht's, wie gesagt, weiter mit Budi statt Nils umgekehrt, genau. Und am Freitag sind wir alle da, ne? Am Freitag sind wir alle da? Glaube ja. Geil. Richtig fett Borderlands-Action. Bleibt dran. Jetzt geht's noch weiter. Und heute Control und noch viel mehr Kram. Bleibt dran. FÜLÜCK